Der böse Fürst, ein Märchen von Hans Christian Andersen Es war einmal ein böser Fürst. All seinen Dichten und Trachten ging darauf aus, alle Länge der Welt zu erobern und allen Menschen Furcht einzuflößen. Mit Feuer und Schwert zog er herum, und seine Soldaten zertraten die Saat auf den Feldern und zündeten des Bauernhaus an, so dass die rote Flamme der Blätter von den Bäumen leckte und das Obst gebraten an den versenkten schwarzen Bäumen hing. Mit dem nackten Säugling im Arm flüchtete manche Mutter sich hinter die noch rauchenden Mauern ihres abgebrannten Hauses. Aber hier suchten die Soldaten sie auch und fanden sie die Arm, so war dies neue Erfahrung für ihre teuflische Freude. Böse Geister hätten sich nicht Ärger verfahren können als diese Soldaten. Der Fürst aber meinte, gerade so sei es recht, so sollte es zugehen. Täglich wog seine Macht, sein Name wurde von allen gefürchtet, und das Glück schritt neben ihn her bei all seinen Taten. Aus den eroberten Städten führte er große Schätze heim. In seiner Residenzstadt wurde ein Reichtum aufgehäuft, der am keinen anderen Ort seinesgleichen hatte. Und er ließ prächtige Schlösser, Kirchen und Halm bauen, und jeder, der diese herrlichen Bauten und großen Schätze sah, rief ehrfurchtsvoll, Welch großer Fürst! Sie gedachten aber nicht des Elends, das er über diese Länder und Städte gebracht hatte. Sie vernahm nicht all die Seufzer und all den Jammer, der aus den eingeäscherten Städten empor drang. Der Fürst betrachtete sein Gold und seine prächtigen Bauten und dachte dabei, wie die Menge. Welch großer Fürst! Aber ich muss mehr haben, viel mehr. Keine Macht darf der Main gleich kommen, geschweige denn größer, als die meine seien. Und er bekriegte alle seine Nachbarn und besiegte sie alle. Die besiegten Könige ließ er mit goldenen Ketten an seinen Wagen fesseln, und so fuhr er durch die Straßen seiner Residenz. Tafelte er, so mussten jene Könige ihm und seinen Hofleuten zu Füßen liegen und sich von den Brocken sättigen, die ihnen von der Tafel zugeworfen wurden. Endlich ließ der Fürst seine eigene Bildsäule auf den öffentlichen Plätzen und in den königlichen Schlössern errichten. Ja, er wollte sie sogar in den Kirchen vor dem Altar des Herrn aufstellen. Allein hier traten die Priester ihm entgegen und sagten, Fürst, du bist groß, aber Gott ist größer. Wir wagen es nicht, diesem Befehl nachzukommen. Wohl an, denn, rief der Fürst, ich werde auch Gott besiegen. Und in Übermut und törichten Frevel ließ er ein kostbares Schifflein bauen, mit welchen er die Lüfte durchsegeln konnte. Es war bunt und prahlerisch anzuschauen, wie der Schweif eines Vs, und es war gleichsam mit tausenden von Eugen besetzt und übersät. Aber jedes Auge war ein Büchsenlauf. Der Fürst saß in der Mitte des Schiffes. Er brauchte nur auf eine dort angebrachte Feder zu drücken, und tausend Kugeln flogen nach allen Richtungen hinaus, während die Feuerschlünde sogleich wieder geladen waren. Hunderte von Adlern wurden vor dem Schiff gespannt, und feilschnell ging es nun der Sonne entgegen. Wie lag da die Erde tief unten? Mit ihren Bergen und Wäldern schien sie nur ein Ackerfeld zu sein, in das der Flug seine Forschen gezogen hatte. An dem entlang der Grünereien hervorblickte, bald glich sie nur noch einer flachen Landkarte mit undeutlichen Strichen, und endlich lag sie ganz in Nebel und Wolken gehüllt. Immer höher flogen die Adler aufwärts in die Lüfte. Da sandte Gott einen einzigen seiner unzähligen Engel aus. Der böse Fürst schleuderte tausende von Kugeln gegen ihn. Allein die Kugeln prallten ab von den glänzenden Fittichen des Engels, fielen herab wie gewöhnliche Hagelkörner. Doch ein Blutstropfen, nur ein einziger, tröpfte von einer der weißen Flügelfedern herab, und dieser Tropfen fiel auf das Schiff, in welchem der Fürst saß. Er brannte sich in das Schiff ein. Er lastete gleich tausend Zentner Blei darauf und riss das Schiff in stürzende Fahrt zur Erde nieder. Die starken Schwingen der Adler zerbrachen. Der Wind umsauste des Fürstenhaupt und die Wolken ringsrum. Die waren ja aus den Flammenrauch der abgebrannten Städte gebildet, formten sich zu drohenden Gestalten, zu meilenlangen Seekrabben, die ihre Klauen und Scheren nach ihnen ausstreckten. Sie türmten sich zu ungeheuerlichen Felsen mit herabrollenden, zerschmetternden Blöcken, zu feuerspeienden Drachen. Halbtot lag der Fürst im Schiff ausgestreckt, und dieses blieb endlich mit einem forschbaren Stoß in den dicken Baumzweigen eines Waldes hängen. »Ich will Gott besiegen«, sagte der Fürst, »ich habe es geschworen, mein Willen muss geschehen.« Und sieben Jahre lang ließ er bauen und arbeiten an künstlichen Schiffen, zum Durchsegeln der Luft ließ Blitzstrahlen aus härtesten Stahl schneiden, denn er wollte des Himmels Befestigungen sprengen. Aus allen Landen sammelte er Kriegsheere, die, als sie Mann an Mann aufgestellt waren, einen Raum von mehreren Meilen bedeckten. Die Heere gingen an Bord der künstlichen Schiffe. Der Fürst näherte sich dem Sein, da sandte Gott einen einzigen kleinen Mückenschwarm aus. Der umschwirrte den Fürsten und zerstach sein Anglitz und seine Hände. Zornend Brand zog er sein Schwert und schlug um sich. Allein er schlug nur in die leere Luft, die Mücken traf er nicht. Da befahl er, kostbare Teppiche zu bringen und ihn in denselben einzuhüllen, damit ihn keine Mücke fernhin steche. Und die Diener taten wie befohlen. Allein eine einzige Mücke hatte sich an die inneren Seite des Teppichs gesetzt. Von hier aus kroch sie in das Ohr des Fürsten und stach ihm. Es brannte wie Feuer. Das Gift rang hinein in sein Gehirn. Wie wahnsinnig riss er die Teppiche von seinem Körper und schleuderte sie weit weg, zerriss seine Kleidung und tanzte nackend herum vor den Augen seiner rohen, wilden Soldaten, die nun den tollen Fürsten verspotteten, der Gott bekriegen wollte und von einer einzigen kleinen Mücke besiegt worden war. Bürgerfresser Untertitelung für funk, 2017